hallo zusammen willkommen zu meinem neuen video heute geht es um sie kamen von jenseits des weltraums hier in der limited vintage edition und ich würde einfach mal sagen wir schauen uns zusammen das media book mal an und hier haben wir das media book zu sie kamen von jenseits des weltraums hier in der limited vintage edition wie ihr seht habe ich das ganze schon ausgepackt weil ich da schon mal reinschauen wollte hier kultfilme erstmals auf dvd und blu ray mit inhaltsangaben ein unterhaltsamer traffic mit guter optik das ganze dauert 85 minuten auf blu ray so jetzt ich habe das der ganze jahr schon ausgepackt und hier auf der folie prangert der fsk 18 stempel aber wie ich dann ausgepackt habe haben wir hier die dvd mit einer zwölfer freigabe und die blu ray auch mit einer zwölfer freigabe jetzt habe ich mir gedacht komisch vielleicht ist das media book ja gar nicht geprüft worden ja und die scheiben sind repacks und deshalb 18 dann habe ich bei schnittberichte nachgeguckt da gibt es kein eintrag dass es da jemals mal eine veröffentlichung gab dann bin ich zur ofdb rüber und da habe ich gesehen es gibt eine dvd veröffentlichung in deutschland die ist aber ab 16 jahren ja also auch nicht ab 12 deshalb bin ich jetzt einfach mal der meinung dass es das hier komplett neue scheiben sind und keine repacks aber wieso prangert dann hier der 18 stempel auf diesem media book wer obwohl die filme ab 12 sind weil die scheinen ja geprüft worden zu sein keine ahnung fragt mich nicht wenn ihr da bescheid wisst gerne in die kommentare würde mich nämlich wirklich interessieren ja jetzt tun wir mal hier die dvd raus die ist hier in rot gehalten mit was ein bisschen unterscheiden kann und hier die blu-ray das ganze in blau und hier drinnen sehen wir hier brennt was hier brennt was ganz nett ganz nett ganz nett ganz nett so und hier rein und jetzt gehen wir zusammen mal das buch durch was ich natürlich auch schon durchgeblättert habe so hier haben wir die veröffentlichungen in großbritannien usa und deutschland 67 kam das ganze rauf ein paar darsteller regie und 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 so dann haben wir hier die drehorte produktionsnotizen und dann eine biografie des regisseurs ein schönes bildchen hier dann die biografie von ich schätze mal dem hier robot hatten biografie von jennifer jane das wird sie hier sein und hier ein paar presse stimmen und das war es schon und hier ein schönes motiv aus ich würde mal sagen italien denke ich mal also über den film gibt es hier keine information außer hier halt wann sie veröffentlicht wurde und hier so was ganz ganz kleines ja ja es ist halt ein alter film vielleicht gab es da keine in näheren informationen mehr dazu das kann natürlich sein aber das weiß ich natürlich nicht ja ist halt schade dass dann nur ein bisschen biografie da ist aber besser als gar nichts ja so muss man es auch sehen muss immer positiv sehen die hätten auch gar nichts da rein tun können ja ja ansonsten ein sehr schönes teil ein sehr schönes cover wie ich finde finde ich super so und jetzt würde ich sagen schaue ich mir das ganze mal an sie kamen von jenseits des weltraums ist ein großbritannischer film sagt man das so ein film aus england von 1967 es geht darum dass ein paar meteoriten informationsflug auf die erde auf eine farm in england herunterkommen ein paar wissenschaftler versuchen sich da ein bisschen zu forschen was ist da überhaupt sache und dann werden sie übernommen also die menschheit wird übernommen von außerirdischen kräften von außerirdischen die dort in den meteoriten wohnen hausen und so weiter dann bricht dann auch noch eine seuche aus und ein doktor irgendwas der nicht übernommen wurde der versucht das ganze da aufzuklären ja mal ganz grob angerissen das ganze ich muss sagen hier die blu ray hat ein sehr sehr schönes bild ja also muss ich sagen ton war auch okay aber da kann ich nicht viel drüber sagen da ich ja auch nur eine ich habe zwar eine atmos soundbar ja aber es ist es ist und bleibt eine soundbar ja also ich kann hier rundherum jetzt nicht wirklich deshalb das bild ist super die blu ray kann man nicht meckern auf jeden fall nicht und was es hier mit der 18er freigabe hier da auf sich hat denn die scheiben sind ja ab zwölf kann ich jetzt auch nicht sagen ja mir das ganze sehr 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 gut gefallen ja also wer auf ein bisschen trash steht es wird eigentlich eher gegen ende zum trash aber aber ansonsten ist es und bleibt es ein richtig richtig guter science fiction film aus den 60er jahren aus england also wer auf sowas steht ist hier genau richtig das ist richtig richtig guter film so dann war es das auch schon wieder und und ich würde sagen ja seid das nächste mal mit dabei tschüss macht's gut euer timo aber ja ja Amen.